Erfolgreiche Erfinder Die Stadt Kiel ist der Firmensitz und die Zentrale der MA Design GmbH & Co. KG mit den Schwerpunkten User Experience, Design und Softwareentwicklung. Vor zwei Jahren wurde die Niederlassung Dresden eröffnet. Hier liegen die Schwerpunkte in der Verbindung von technischem Design und Maschinenbau. Seit der Firmengründung im Jahr 1985 war man zunächst damit beschäftigt, Produkte der Hard- und Software zu gestalten. Ab 2008 wurden Innovationen verbunden mit einem umfassenden Qualitätsmanagement entwickelt und seit diesem Jahr ist die MA Design GmbH & Co. KG eine unabhängige, inhabergeführte Denkfabrik für innovative Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle. Über 60 Designpreise renommierter Wettbewerbe konnte das innovative Team mit 43 Beschäftigten bisher entgegennehmen. Alle Mitarbeiter haben an Universitäten oder Fachhochschulen studiert. Im kommenden Jahr feiert das Unternehmen sein 30-jähriges Firmenjubiläum. Gesellschafter Michael Arpe sagt, Seit 2009 träume ich nachts nicht mehr von unserem Unternehmen. Das ist ein riesiger Gewinn für meine Familie und mich. Regional unterstützt die MA Design GmbH & Co. KG kulturelle und schulische Projekte sowie Aktivitäten für Kinder, die vorwiegend aus sozial schwachen Familien kommen. der Kameras hat sich für die aveадцати categorischen Sprach rein Severig von derünfät verraten. Das ist ein riesiges Interesse von Bremenjubiläum.